Du sollst nichts abbauen, das steht da extra. Doch, Glas sind ja Punkte. Ey, jetzt baut der ab. Komm jetzt. Hallo zusammen, willkommen zur nächsten Adventure Map. Und zwar mit dem Cast-Krafter und dem Getschi. Hi. Hallo. Ich habe mir eine Fresse gehauen im Cast. Ich hoffe, es steht, wer die Map eingereicht ist. Oh nein. Steht das hier irgendwo? Oh nein, ich habe ja hier aufgeschrieben. Ich lese schon mal die Blöcke, die Regeln vor. Keine Blöcke abbauen, Glas. Spiele im Game-Bot 0, muss ich gleich noch umstellen, glaube ich. Nicht cheaten. In Klammern, alles ist möglich. Viel Spaß. Okay. Einstellungen einmal drücken, bitte. Was denn drücken? Den Knopf daneben vielleicht. Wegen dem Namen, wer die Map eingereicht hat, guckt mal in der Videobeschreibung. Da ist einmal der Link zum Einreichen der Maps und auch der Name von dem Map-Entwickler. Nochmal danke dafür. Oh, hier ist auch eine Kiste voll mit Erklärungen. Also müssen die alle vorlesen. Krass. Okay, wer will lesen? Ich habe nichts. Wer will lesen? Punkte bekommt ihr durch das Abbauen von Glas und Töten von... Und Töten von Mobs. In Klammern Zombies, Spinnen, Skelette. Am Schluss könnt ihr euch equipt für die Punkte, wenn ihr Tab-Drück kaufen. Okay, stehen im Scoreboard die Punkte. Der Letzte erlebt gewinnt und Minecraft heißt da P-Flip. Ja. Aber wir haben schon Punkte, warum? Wo sieht man Punkte? Tab-Drücken. Schlafen, schlafen. Der rennt schon wieder los, Alter, ey. Heiko, Heiko. Bin ich auch im richtigen Bett? Ich muss nochmal gucken. Ich bin im falschen Bett gewesen. Komm jetzt. Hatte, hier sind Punkte. Alter. Du sollst nichts abbauen. Das steht da extra. Glas sind Punkte. Ey, jetzt baut der ab. Komm jetzt. Ich hänge mich im Spinnbeben. Seid ihr denn für Schwänze hier, ey. Okay, jetzt den Ding. Mein Gott. Boah, Alter, der hat ja schon viele Punkte jetzt. Ja. Ja, also setzen wir jetzt mal zurück auf ab jetzt, ne? Nee, zählt doch. 14, 2, 0. Ich werde das mal hier notieren, ja. Guck, Glas. 14, 2, 0. Also ich bin der einzige Nicht-Cheater hier diesmal. Ja, warum Cheater? Das ist kein Cheaten. Ich glaube, auf der Map wurde es. Oh, Mist. Boah. Nein. Hä? Lol, man stirbt, auch wenn ihr runterfällt. Nein, ich bin nicht gestorben. Ja, ich gerade schon. Weil ich war oben. Ich war schon am Ende von dem Abschnitt hier. Ach so. Ja, aber bei uns ist keiner gestorben. Und dann bin ich gestorben. Ach so, die Glasdinger sind die Bonuspunkte. Ja, genau. Ah, okay. Mann, du Wichser. Was bauen wir denn jetzt? Was, was, was? Oh, hier. Ja. Oh, tot. Jawoll. Wo bin ich denn hier? Ach so, hier, okay. Vielleicht hätte PvP ausgemusst. Das kann natürlich sein, maaa. Der Chaoscraft, der traut sich ja nicht und stirbt dann die ganze Zeit nicht. Nein. Wo bist du überhaupt, Heiko? Boah, ich hasse da, wenn ich in einem drin spawne. Ja, ich auch, ey. Und der sich da nicht bewegt, so wie du, Ted. Nein. Oh nein, jetzt bin ich da gesprungen noch mal. Boah. Okay. Oh. 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 Ich komme rein und da renne einfach nur. Oh, so. Jetzt mal endlich aus dem Pulk da raus. Ja, furchtbar. Oh, verknall da nicht weg. Boah. Der ist auch machbar? Mach mal, ich hau dich nicht. Versprochen. Aufsache nochmal gesprungen bist du, ne? Ja, ich verkrampfe immer meine Taste so. Nein. Oh Gott. Ich bin auf dem Checkpoint. Yes. Bist du falsch rumgelaufen, Heiko? Oh nein, ich fahre direkt runter und mach den Block nicht kaputt. Nein. Ted ist weiter. Also mit den Punkten am Anfang ist es cool mit dem Glas, aber guck dann, dass er nicht so viel Glas am Anfang reinbaut. Oh, die Effekte vom Laufen sind geil. Ja, vierer Sprünge kann der Heiko gar nicht, hat er mal gesagt. Nein. Ne, kannst du nicht? Nein. Welchen Poff hast du? Was? Welchen Poff hast du? Was für ein Koff. Poff. Quick Pro? Ne, 100. 100, krass. Ich habe 90. Mit 90 schaffst du das. Boah, ich kriege langsam schon ein Aggro. Aggrodition. Jetzt schon? Ich renne den gerade durch, Peter. Echt? Machst du gar nicht, lass die Punkte da stehen. Guck, wo ihr seid, ihr Noobs, ey. Hä? Ich bin am nächsten Checkpoint übrigens und hier sind nochmal zwei Punkte. Mann. Du solltest keine Höhenangst haben, okay? Ich habe Höhenangst, ich muss weg. Oh, ich bin runtergesprungen, aber hier ist nix. Warte. Oh, mein Gott. Checkpoint. Und wo muss ich jetzt hier lang? Ah, lol. Okay. Oh, das sind doch noch die normalen Sprünge. Boah, hier sind mega viele Bonuspunkte. Yeah, baby. Du Ficker. Guck mal, 16 habe ich. Ich hole den Heiko gleich noch ein. Weil ich den Führersprung nicht schaffe. Für mehr stecken, Heiko. Oh mein Gott. Mann, das ist doch kacke. Muss er denn denn hier machen? Ich sehe nur meinen Schweif. Achso, man muss da durch. Wodurch? Durch diese Ringe. Das ist blöd, weil wenn man da unten guckt, sieht man nur diesen Schweif, den man da hat, weißt du? Ja, aber hier beim Fallen geht halt eigentlich. Was ist? Nix. Ja, ich bin auch hier. Meiner. Du Ficker. Hier ist noch einer. Yeah, baby. Was steht da? So, jetzt kann man hier die Sachen eintauschen, oder was, irgendwie? Hier bekommst du Punkte. Oh, hi. Muss erst mal bis zum Battle kommen. Ah, ja, stimmt. Guck mal, ich habe 22 jetzt. Oh nein, ich habe 8. Haha, so ein Checkpoint. Aber wie kann man das denn jetzt kaufen? Muss man ja nur auf die Dinger drücken hier das? Was, hast du was gekauft? Nee, ich meine der Heiko. So. Ach, rechts liegt da drauf. Einfach auf das Schild aus? Ja. Ah. Ach nee, das kriegt man ja alles. Okay, gut. Ja? Ja. Sollen wir den Heiko hierhin holen, wenn er mitkämpfen möchte? Nein. Finde ich nicht gut. Ja, klar. Warte, aber geht noch nicht los. Das sind Mobskillen. Ja? Ja. Klick über einmal rechts, klick auf die Schilder, Heiko. Kostet das Punkte denn hier? Nee, nee. Nee, die gehen nicht weg. Okay. Seid ihr bereit? Dann den Knopf noch drücken, Heiko. Und dann können wir hoch. Bonuspunkte! Oh. Start. Was steht da? Klick mich. Klick mich. Ah. Erstmal hier die ganzen Punkte holen, wenn ich hier drüben auf dich schieße. Monster geben auch Bonuspunkte, ne? Ja. Viele? Ich weiß nicht. Ich stand aber gerade da. Hä, die fallen hier durch den Bogen bei mir. Ja, dann hast du denn die sehen. Kann ich nicht einfach Ted kaputt hauen, dann kriege ich ja seine Punkte. Nein, aua. Boah, ist ja laut, Alter. Boah, sind halt viele hier auch. Warte, ich stelle mich jetzt hier hoch. Ah, stirbt doch. Oh mein Gott. Die können einen eh nicht töten, ne? Eigentlich kann man auch stehen bleiben, oder? Ja doch, eigentlich schon. Was machst du denn da oben, he? An dem Buch, Heiko. Bist du da? Nein. Was ist? Tot. Echt? Ich stehe von der Energie hier. Wieder rein. Los, sterben doch alle hier. Oh Gott, ich muss jetzt mal weg, ey. Okay, da sind die im Counter und zwei Minuten. Sehe ich gerade. Zwei Minuten noch? Ne, ein. Okay, ich gewinne jetzt hier. Keine mehr. Keine mehr. Verliert man seine ganzen Sachen, ne? Ne, das ist gut gemacht, man behält echt alles. Das ist geil. Okay, ja cool. Boah, das hat ein wildes Geklicke, Alter, ey. Ja, ne? Das schaffe ich. Mein Schwert? Ich bin bei half. Ich schlage immer nur wild rein, also. Na, ich mach gezielt. Okay, ich bin auch gut. Oh Gott, wie darf ich die Holt von den Punkten gerade? Was? Kopf an Kopf rennen, du hast mich gerade überholt von den Punkten her. Ach, kacke, ich bin ganz am Anfang. Ha, ha, ha. Boah, Alter, jetzt ist die, aber was ist denn hier los, ey? Da bin ich wieder, hallo. Oh, was ist denn hier los, Alter? Ach, scheiße. Boah, Highlight 80, 82. Durch den Port, Alter, nein. Nein. Oh, krass. Ist Ende. Okay, ist Ende. Oh, warte, was hier, was hier, was hier? Ach, hier kann man jetzt Sachen kaufen dafür, ne? Hä? Ach, guck mal, 10 Puls. Eiko, ich glaub, die sind nicht. Ich glaub, die sind nicht dafür. Leul hört, na, das ist doch kacke. Okay, komm, Eiko, wir hören auf. Ey, komm, das habe ich schon eine Absicht von ihm. Ja, genau. Für die schlauen Menschen, hallo, was ist denn los? Zehn Punkte. Glaub ich nicht. Aber wir können, glaub ich, ihr alles holen. Ja. Ja, und ich paramein teilweise. So, erst mal Dias Schwert kaufen. Leute, hast du das bekommen, ne? Gib, gib das mal schön her. Hab ich? Ja, ich hab mir auch eins gekauft. Ja? Ja. Okay, ehrlich? Ich glaub dir nicht. Ich bin doch echt. Und da ist jetzt hier die Arena und dann geht's halt, meinst du, es geht los, irgendwas, wenn wir da reingehen? Ach, guck mal, Speed 2, Resistance und Jampoos können wir auch noch holen. Braucht ihr noch mehr Punkte, dann macht die Mob-Farm nicht noch mal. Ach so, ne. Habt ihr jetzt die Sachen von der Wand genommen hier, oder was? Ja, ja, Heiko, du hast die Sachen hier deutlich von der Wand genommen, du Penner, ey. Weißt, jetzt weiß ich nicht mehr, wo hier der scheiß Bogen ist und so. Hier war Bogen. Hier ist Bogen, hier ist Pfeil, hier ist Enderpferde. Was war hier? Ne, hier sind Pfeile und hier sind Enderpferde. Wo war der Bogen? Ja, hier, vom Zweiten. Das Zweite, ja. Ah, okay. Boah, ein Pfeil, 10 Points. Ist auch gar nicht teuer, ne? Übel. Das ist ja Infinity wahrscheinlich, oder? Ne. Ne? Weiß nicht, ich bin gestorben. Ach, guck mal, die Tode, Cast Crafter 40. Guck mal, ich 16, die ist mal voll cool durchgerannt. Okay, dann kommen alle rein. In die Arena? Ja, ach, lol, der Bogen hat nicht Infinity. Ne. Habt ihr doch gesagt. Oh, da hab ich nur ein Pfeil. Du bist zwei. Ich hab vier. Sind denn alle drin? Ja. Ne, der Heiko hat auch noch nicht, oder? Ne, ich bin noch nicht drin. Hier kann man auch bestimmt noch Klaas ab. Ne, geht nicht, hab ich schon geklickt. Okay. Und wann geht's los? Ja, drei, zwei, eins, jetzt. Neul. Ne, ich. Hau ab. Mein Pfeil. Ich mach das jetzt so im Wahre-Final. Ich warte erstmal, bis ihr euch tötet. Komm, wir gehen beide auf ihn, Peter. In der Perle hat er geworfen, der Picker. Genau, er hat nicht reingefallen. Der Pfeil hat er in der Pfeil geworfen. Ich buste dich zu ihm hin, Peter. Ich benutze kein Hotkey, Scheiße. Ich muss weg. Der hat nix mehr, komm, lass hinter dem her. Ich kann euch teilweise gar nicht hitten. Hä? Bist du ein geämtet? Wie nicht? Ja, hab ich vorhin umgesteckt. Neul. Aber ich hatte gerade ein halbes Herz weg, also ich muss doch irgendjemand getroffen haben. Ted cheated. Sorry, hab ich vollkommen vergessen auszumachen. Aber ich konnte auch nicht. Ich kann dich auch nicht treffen. Hä, bin ich auch noch im Game? Warte mal. Warte mal. Komm mal her, schlag mich mal einmal. Oder vielleicht auch zwei, dreimal. Guck mal, ich kann nicht hitten. Doch, du machst mich schaden. Ja, ich kann euch aber keinen Schaden machen. Dann warte mal, ich glaub der Heiko ist, äh, nicht, 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 warte. Bist du im Game 2 Mode? Ich bin eh voll, also. Weiß ich nicht. Cast, Craft, ähm. Wir kloppen die ganze Zeit auf deine ein. Das wäre ja auch lustig jetzt, ne? Null. Ach ne, Game und null Cast, Craft, da so rum, ne? Ja. Jetzt haben wir alle unsere Pfeile verballert und so. Probier mal. Ne, ich kann doch nicht hauen. Hä? Hä? Das ist vielleicht so gedacht, los, all auf Cast, Craft, da! Ah! Ah! Stirb, du Schwein! Die Baustammel darf ich nicht gewinnen deswegen. Ja, bestimmt nur deswegen. Ach, dann willst du mich hauen, ne? Hau ab! Quatsch! Ist das vielleicht, weil ich das Zeug von dem Ständer genommen hab? Ne, ich hab ja auch Sachen vom Ständer genommen. Hab ich ja auch, ja. Okay. Ja, die Rüssel, die standen ja auch da. Muss sie weg. Na? Warte, hast du auch deinen Äppel gefressen, hat? Ne, ich wollte jetzt eben ein Essen, jetzt so. Hä, wo bist du? Bist du unsichtbar? Nein, wie soll ich ja unsichtbar werden? Ja, du bist, ne, bist du bei mir gerade? Ich seh dich nicht mehr. Leute, ich hab mich wegteleportiert. Ach so, ich hab schon gedacht. Ey, du Penner, hau ab. Da müssen wir ein Knockback drauf sein auf den Schwertern hier mit der Lava. Dann wird ja voll weit fliegen, glaub ich. Oh nein, ich fliege da in der Lava rein. In der Lava fliege ich rein. In der Lava. Lava, Lava. Bist du aber immer tot? Oh nein! Jawoll! Wo ist denn der Heiko eigentlich? Warte, ich will kurz gucken, ob ich dich jetzt hauen kann. Warte, warte, warte. Ja, jetzt kann ich dich hauen. Das lag an dem Schwert. Ach so, wir haben das Schwert ja weggenommen. Ja, Cheap wird bestraft. Dann warst du halt außerhalb der Kampfrunde. Aber ich hab gegen Peter gewonnen. Aber gut, somit hat Ted gewonnen. Würde ich mal sagen. Oh mein Gott, okay. Guck bei den anderen vorbei. Und ansonsten bis zum nächsten Part. Haut rein. Tschüss. Haut rein. Tschüss.